Immer einmal in der Woche am Dienstagmittag kommt ein Nostalgiebus mit betagten Bürgern, deren Verfalldatum bereits überschritten ist. Es sind genau meistens so 1,8 Tonnen Fleisch. Was machen die betagten Bürger? Sie trinken das Kellerbier bei Mäcki, denn das verlängert das Leben, es macht Spaß und man hat Unterhaltung. Wenn es dann wieder klappt, die Woche drauf, sind sie wieder bei Mäcki und verlängern ihr Verfalldatum um Jahre. Dass das stimmt, beweisen diese Bilder, denn nach sechs Besuchen haben sich 10 von 25 betagten Menschen über 92 nach dem Besuch und Trinken von Kellerbier sofort ein Quad gekauft und düsen wie die Jungen wieder durch die Gegend.